Willkommen zur Erzählzeitmaschine, dem Podcast. Begib dich mit uns auf eine faszinierende Reise durch die Welt der Literatur, in der zeitlose Klassiker mithilfe unserer Erzählzeitmaschine zu neuem Leben erweckt werden. Dieser Podcast bringt dir gemeinfreie Bücher in einer einzigartigen Form, als Hörbücher, erschaffen durch die fortschrittliche Technologie von OpenAI Text-to-Speech. Lass dich von unserer Erzählzeitmaschine durch die Seiten der Geschichte führen, während sie die Worte der Meisterwerke in lebendige Klänge verwandelt. Von den epischen Abenteuern vergangener Zeitalter bis zu den tiefen Gedanken großer Denker, hier erlebst du Literatur auf eine völlig neue Weise. Lehne dich zurück, entspanne dich und lass die Worte durch die Erzählzeitmaschine die Magie weben. Dies ist die Erzählzeitmaschine, wo die Vergangenheit in der Gegenwart erklingt. Viel Spaß beim Zuhören!